so leute und damit wieder ein herzliches wicker ich bin schon ganz gespannt hihihi das hat uns gerne mal ein bissel umschauen oder also wieso ich... wieso läuft denn der der gleich weg? haaah joa da ist gleich was ganz... ein heftiges... ich wieso ich kurz weit weg der soll sich in den Klässe abbrunzen... gibt's ja nicht... kann man da überhaupt da durch gehen? kann man da wenigstens überhaupt was finden? naja wir sind quasi so ein bissel mitten in der Wüste ist eh klar dass ich da nix fiend also... wir sollten in die Richtung am besten gehen joa servo ist aaaah da wäre ja 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 ich nehme mal an wie wären da wahrscheinlich hauptsächlich so gehen müssen so wird's wahrscheinlich auch vom spiegelwollt sein oder ob man darüber auch drauf kommen könnte ja ok aaaah damit wir gleich mal eine wunderschöne Sicht da haben ist eh klar aber... ich hätte ja gar nicht müssen das schlecht das hier aaaah FUUUUUUUUUUUUCK gibt das dann aber naja... das könnten kleine Quellgeister sein das... die darf man ver... hat der mich grad angeschissen? ich glaub der hat mich grad angeschissen alter... holy shit der hat mich glaub ich grad angeschissen so... uhrensbeideleuter ich geh... ich geh dir jetzt einfach mal spontan da so ein bisschen durch ob man da vielleicht die ein oder andere Leiche sehen wär richtig nice im Endeffekt kann's uns ja nur helfen die Leichen damit wir dann wieder was basteln... basteln können aufhören mal mit dir ne... 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 ist ja nicht das... aaaaah... da ist... ja komm... jo komm da... ich sehe es ganz ich glaube es sollten uns lieber ja so ich habe so ein bisschen halt mit dem hals wieder mal dafür bin ich wenigstens immer so extra krank aber dafür habe ich schon wieder das nächste problem so bevor die ich habe leicht erwartet dass ich da vielleicht mehr ruhe habe gescheißen oder gemäher gibt es ja nicht da wüsste man aber der uhr ist aber klar sexuell belastet gibt es ja nicht aber ja komm herz tschüss so wie neu in uns bald daher kommen der früste schrotflitter so gehe ich gleich nur dass es wisst der frist tschüss fix ein bilder wie süß bis ich töt ihn lieber bevor er da leidet der ohrme next doppelt next ja wenn es so nett wirst du das war nett ich schieße mir einfach mal so komm schon gemäher passt immer wenigstens ein so gut so quasi so ein nächstes da mal der markiert gebiete Was ist das, was ist das? das sonst noch ist schon schönes da drin wird sich ein bisschen mehr geben als wenn er den ganzen blitz sind da was ich da außerhalb gesehen habe perfekt ja und okay jetzt sind wir eigentlich doch gehabt ich komme da durch wirst ist halt so werden sich über die vierte herkommen überhaupt sucht du wirst die nette bleibt lieb auf der flieger im anja nur in woher so viel in woher viel ich so sommer jetzt okay 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 also hier auch der ort ist die welt jetzt in die frage die frage ist nur sind die nette oder nicht die er hat sich nicht gut an hat sich definitiv nicht gut an für uns verdammter zu verraten vor 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 her nette tüchen nette tüchen lauf lauf die geler lauf lauf da irgendwie da da okay jetzt hätte ich mir eigentlich gedacht gehabt ich kann da irgendwie auf 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 ja natürlich mein glück ist eh klar ah ich glaube ich bräuchte ein bisschen licht ah schön ja auf her komme ich trotzdem aber nicht die so die die er hat ohne die und das ich Na ja, warte! Warte, warte, warte! 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 Sooooooo! Na bum! Da warst ja gar nicht mal hin und wieder. Musst ja wirklich zweimal hinschauen, ob der noch lebt oder nicht. Oh, passt, ja, was geht's hier? So, einmal, zweimal. Das kann noch bissl dauern. Alter! das hat jetzt fast so ein bisschen gewickte will was werfen net so wie ich da machen hey service gsd service dass du mehr nieder aber bitte nicht schießen hat sie nicht gut an das hat sie gar nicht gut an nachland brauchen wir dann passt sie schon mal für uns von meinem vorteil hey du servo ist die optik sind da ist den der firmen wenigstens ich ja komplett um braucht da kann mit glück reden ja das ist ja auch der nämlich markieren ja nicht denn das art einer mehr geht das ist auch schon da muss ich das gar nicht mitnehmen wo ich nur drei schuss hat das leppert bist du genau so völlig jetzt ist der sturm weg der vorliebe und hier ist das gefühl dass das spiel unbedingt sich aufhängen möchte ich weiß zwar nicht wieso aber ich habe so richtig dieses gefühl schnell so schnell aber schnell schnell eine mit dir wie wir uns plötzlich okay so früh gehört so früh gefällt definitiv zu früh gefällt definitiv zu früh gefällt definitiv zu er war nicht so viel steckt bei kule war mit den besitzern des wagens können wir jetzt vermutlich nicht mehr reden er weniger der wagen scheint jedoch klasse zu sein nicht nur ein paar räder sondern auch noch ein mobiler schutz im sturm genau das was nicht schlecht ob so er fährt noch ob er fährt während du in diesem sandkasten gespielt hast das muss die kommunikationszentrale sein ich denke die ist in dem leuchtturm dort also solltest du da hinfahren der leuchtturm ist so riesig dass du nicht verfehlen kannst nur dann ich muss bleiben und die gegend im auge behalten aber sobald ich fertig bin können wir uns dort treffen perfekt da sind wir sie sowieso später ja eine mit uns das will das in den letztlich eigentlich im prinzip kann kann man das dann ja eigentlich nachmachen ganz leichter machen kann man nachmachen ganz leicht so alle mann zuhören der baron wird jetzt präsent meine herren ich habe neuigkeiten von einer bande gehört die mit einem zug in unser territorium einpricht das ist ungewöhnlich wenn soweit ich mich erinnern kann haben wir den nachbarn drücken zeigebracht mhm 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 wie mhm selbst einen einfach nicht stehen, gell? Ich fahre einfach durch. Einfach durchfahren. Ah, das sehen wir schon, das sehen wir schon, das sehen wir schon. Hm, nicht schlecht. So, vielleicht hat das ja jetzt, äh, muss, muss das man halt nur aktualisieren, weil wenn man mal nix anzeigt, dann finde ich's auch nicht, ich sag jetzt einfach mal, lass den da lieber da stehen, das sehen wir, na, na, den lassen wir da noch nicht stehen. Wir fahren da lieber da noch ein bissel weiter, äh, ein bissel weiter vor mir schon. So, ich weiß nicht, wo sitzt du genauer Sekretär, ich hätte jetzt einfach gesagt, wir parken da. Ja, da, bei den anderen Autos, eh, quidlich, da passt das ja eh. Sollen wir denn da? Da war ja in der Höhle, oder wie, oder weißt? Ah, damit man vielleicht besser dorthin kommt, damit man da leichter, oh, der will mich da nicht durchlassen. Hm. Ah, jetzt, na, was, na, was, bin ich da, bin ich da, bohle. So, wir werden ja schauen, dass wir da gleich mal helfen, da, gell? Oh, nein, genau jetzt, oh. Gut zuvor, fuck. Oh, fuck. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. What the fuck? Holy, holy shit. Oh, tschüss. Ciao. Hang. Ah, mits. Aber, auch, keine, Dynamik? Ach so, voll! Wir müssen... ja 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 ich denke es war grad zu ihnen das müssen wir da auch wieder nehmen hätte man eigentlich gedacht gehabt wir haben den zu jetzt umbruch da bin ich ja wurscht ja das schneit mir doch lieber für alle fälle man kann ja nicht wissen alter hat er hatte eine falle gestellt und ist selber endet ab what the fuck what the fuck der den eigenen falle gestellt und ist mir egal so padel ein wahnsinn ist das zufällig allein nein das ist nicht allein, schau da, nein, nein oh, das ist nicht gut hm keine verantwortung ja, ich weiß naja, ich bin es verdammt leid in jeder ecke nachzuschauen so, die falle na, alter so, tschüss einmal so, schrote und weg schrote und weg alter, du bist nicht einmal unterbeschuss jetzt bist du einmal unterbeschuss so, ja, der schreit schon ohne, dass du, das ist ja wahnsinn ohne, dass da schon mal was passiert ist ist ja witz so, nein, mal irgendwas passiert und schreit schon warte, der hat mich aber schnell gesehen gehabt der hat mich aber wirklich schnell gesehen gehabt awo, weg, awo, weg so, und perfekt nein, das brauchen wir ja nicht das brauchen wir ja nicht oh, wir brauchen ja nicht schlecht, jo oh, wot, 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 wot da haben es mir jetzt aber was Gutes ausgezeigt da haben es mir jetzt aber was Gutes ausgezeigt ich wäre wahrscheinlich sowieso drauf gegangen ist ja klar das da ja, genau, genau, genau perfekt entweder wieder jetzt wie eine Pussy zurücklaufen was sie alle gewarnt haben oh fuck wot, 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 aah aah scheiß Kopf, alter so tschüss oh tschüss hm 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 mom im schießen es da draußen das ist ja auch wieder ein guter fuck wer menschen steht da so deppert oder does gibt es dieser anderen feater manchmal oder als man dann gleichzeitig Angriff zur Skistand in der Nähe kann ja auch möglich sein dass der schießt und in der nähe ist so bin ich aber gespannt bin jetzt aber gespannt kann man schon gut vorstellen dass der schießstand ist wahrscheinlich wenn ich wieder am start behindern werden sie nur noch da wird sind perfekt schaut es eigentlich da noch mal aus vielleicht sieht das wahrscheinlich auch die sein und drinnen dann wahrscheinlich ist wieder natürlich eine gute folge wer ist der freund und wer nicht wirklich eine gute folge okay Na wo, na wo, na wo, na wo, na wo. Ah, moi. Perfekt. So, ah, moi. So, zweimal. Ah, nice. Oh, schade. Das hat mich aber gefreut. Schon auf schießen. Ah, Mist. Komm. Der Kuma. Oh, okay, ja. Irgendwo haben wir dann noch meine Waffe. Entscheined. Komisch. Wurscht. Wenn wir das schon rausrüsten, gell. Ah, na, denkst du schon. Das kann doch nicht sein, dass einer wohl so kurz gerade quirk hat, so danach. Na sicher, na sicher, meine Damen, sicher. Ah, mal. Ah. Und tschüss. Ah, immer wenn sie töten wollen. Na, Wahnsinn. Kannst vielleicht auch sein, dass da noch irgendwas ist. Oh, ja. Und wieder noch was ist. Perfekt. 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 Ja, und du wirst wahrscheinlich wieder. Ne, sehe ich. Ich hoffe, es ist voll. Die Tür ist verriegelt. Warte, ich lasse den Aufzug runter. Oh, klar. Lächster Aufzug. Nice. Zeig mal her, wo ist denn der Aufzug der überhaupt? Ja, ja, ja. Okay, das ist noch. Okay, passt. Ist uns ganz was anderes, aber ja. Ah, okay, okay, okay. Na, warte, wenn wir das wahrscheinlich mal so machen. Nee, auch nicht. Genau, perfekt. So, dann schauen wir da mal kurz. Äh, Ja, MediPack wäre nicht schlecht. Wenigstens so ein, zwei wäre ja nicht. Gebitte. Stark gucken. Ja, wir haben eigentlich hier relativ gut gesammelt. Passt du es eh? Perfekt. Oh, ja, aber da für die Stabilität. Ah, jungen, dann schalte ich verbrauchen wir ja. So. Ja, einfach so, weil wir es können. Dann passt es eh, und bei der Baffe passt auch alles. Na gut, ausgerüstet und weiter geht's. Ich. Okay, dann ist es halt mein netter Lift. Oh, ist ich da offe? Wieso, wieso brennt es da genau da? Interessant. Das ist jetzt etwas auch sehr interessant angehört. Frag mich zwar eigentlich jetzt nur, wo der Lift sein soll. Der Blubberts? Wieso Blubberts da? What the fuck? Also, Lift. Okay, ja, ich suche noch immer den Lift eigentlich quasi. Ah, okay, wir sind wahrscheinlich keine volle Runde dann. Ja, ja, wir sind ja vorbeigelaufen. Ah, okay. Wird wahrscheinlich länger gebraucht haben, wir sind vorbeigelaufen. Das ist ein Hit. Servus. Willkommen. Dass das überbegelt. Hüpfen mal. Oder boff. Du, ich boff. Und bist hier. Hi. Du bist Atiom? Joa. Komm rein. Dankeschön. Wer Nunaibailer tötet, ist mein Freund. Na dann. Nunaibailer, wie wir sie nennen, haben meine Leute zufrieden. Ah, 10. Wollten mich in Fesseln legen. Der Tod ist besser. Leuchtturm, hört ihr mich? Leuchtturm, bitte kommen. Ist unser Mann da? Ende. Ich höre dich laut und deutlich. Dein Mann hat mir geholfen. Ich stehe in eurer Schuld. Aber warum seid ihr hier? Fünf Jahre ist niemand gekommen. Nur Munaibailer. Leon. Was weißt du über die Antennen bei deinem Leuchtturm? Das war vor dem Krieg eine Kommunikationszentrale. Meine Mutter hat da gearbeitet. Sie war ein Kommunikationsoffizier. Das Gebäude ist seit langem verlassen. Ich habe dort nach dem Krieg Spuren von Mutter gesucht, habe aber nichts gefunden. Verlassen. Wir haben dir geholfen. Kannst du jetzt unserem Mann helfen, da hinein zu kommen? Gut. Ich helfe ihm. Arjof. Du musst das Archiv finden. Es sollte sich in der Nähe der Kommandozentrale befinden. Such nach Aufnahmen von vor dem Krieg. Ab dem Jahr 2013. Damir wird bald da sein. Du kannst auf ihn zählen. Alles klar. Perfekt. Gut zu wissen. Wenn wir gehen wollen, dann besser jetzt, bevor noch mehr von Ihnen kommen. Ah, definitiv. Da werden wir natürlich gleich mal... Genau, das wollte ich ja auch gleich mal machen. Ein kluger Mann würde da nicht hingehen. Du scheinst klug zu sein. Gut zu wissen. Brand? Das ist... Das ist auch nicht einmal so schlecht. So, ein bisschen reinigen. Muss sein, Leinl, ein bisschen reinigen. Kehrt. Das gehört dazu einfach. Aha, ja. Panzerung braucht man definitiv. So. No, packt. Und weiter geht's. So. Und die schrägte. Ja, komm. Zeigt die mir in die richtige Richtung. Oh, das ist auch fast zu weit. Kommst du damit mit dem Auto? Du. Oder müssen wir da ein klarer Weg vielleicht eh? Vielleicht ist es ja auch gleich in der Nähe. Ich war fünf Jahre alt. Mama war jung. Lebte noch. Jetzt ist hier Wüste. Die Tiere sind zu Freaks geworden. Die Menschen sind zu Tieren geworden. Meine Leute sind zu Eigentum geworden. Nicht von alleine. Die Ölhunde sind schuld. Das Öl blieb nämlich, obwohl das Meer austrocknete. Alte Menschen sind gestorben. Nur Junge sind übrig. Und sie gehorchen jetzt ihren Meistern. Die Munai Bailer sagen, sie seien jetzt Feuergötter. Und die jungen Menschen glauben es. Fünf Jahre nach dem Krieg starb meine Mutter. Ich war ganz alleine. Oh, shit. Die haben wenigstens klar mal ein bisschen drauf geachtet auf jeden Fall.